Man muss schon sehr genau hinsehen, würde Lurios sprechender Hund dem Landgericht Wuppertal wohl leicht abgewandelt raten. Das hatte nämlich einen Sitzungssaal zur Verfügung gestellt, damit der Rapper Casey Rebeldar sein neustes Musikvideo drehen konnte. Gemeinsam mit Xavier Naidoo besingt er die Konflikte der Welt. Bei Facebook folgen ihm eine Million Fans. Der Musikclip von Casey Rebel für die Rapperszene normal fürs Gericht eine Blamage. Doch als mitten in der Nacht Schüsse fallen, schreiten die Arme hoch und alarmieren. Der Konflikt könnte also noch weiter eskalieren. Es geht um den guten Casey Rebel. Ja, ist das so gut. Ich spüre, trinke, gefeuer. Casey ist wirklich ein sehr guter Rapper. Casey ist mein Bruder, der wird auch immer mein Bruder bleiben. Casey ist ein Typ, du kannst ihn nehmen, seine Musik nicht kritisieren. Mein sechstes Album kommt und schon wieder knallen die Songs. Das letzte Mal Gold gegangen, ich bin jetzt wieder vollgetan. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.